Hallo liebe Freunde, wir sind die Heldmaschine und am 4.7. sind wir endlich wieder am Rockharts, im Rockharts Festival und zwar in Ballenstedt und wir freuen uns mega euch da wiederzusehen. Es ist jetzt echt schon sehr lange her, ungefähr neun Jahre und ja, wir freuen uns auf euch. Bis dann, ciao!